Und es geht mal wieder weiter vom Drakensang Online Test-Server. Release 160, mittlerweile sind zwei neue Versionen online und zwar hier 17.24 Uhr. Es gibt einige Dinge zu berichten, noch zum Release und Änderungen und so. Deshalb stehe ich jetzt hier gerade neben einem Admin. Die Antwort ist 43. Ich glaube ein Zweitschar von dem, oder das ist ein Zweitschar, es gibt auch die Antwort ist 42. Alles durchnummeriert, das ist hier der Zwerg. Sieht schon ganz schön episch aus. Vor allem hier der Umhang. Also hier beim Salvendar kann man neue Dinge kaufen, nämlich 1000 Fragmente gegen Jewelry, 1000 Fragmente gegen Equipment oder 1000 Fragmente gegen eine Weapon. Und zu Waffe zählt auch das Nebenhand-Item, ich glaube nur das Defensive, also Schild. So und hier genau da sind dabei Gürtel, dann Kristall und irgendein wahrscheinlich hier im Moment Ringe und Amulett. So und Equipment, alles hier rechts. Genau, kann man hier jetzt kaufen, um seine Materie-Fragmente rauszuballern. Dann, da kann ich aber leider noch nicht hin, bei dem Bären-Bier-Arc oder Bier-Arc, genau beim Bären auf jeden Fall, gibt es ein neues Zweierset. So, nämlich Waffe und Gürtel. Und das ist nicht mal so schlecht, zumindest die Waffe vom Magier. Kurz aus dem Kopf heraus eine Zweihandwaffe, 100% Waffenschaden, 50% erhöhter kritischer Schaden, plus 100 Schaden. Genau, und ein Effekt, 80% mehr Schaden irgendwie auf elektrisierte, also geblitzte Gegner. Und dann noch ein Zweier-Bonus mit dem Gürtel, 600 Crit hat der Gürtel, 200 Lebenspunkte oder so, der Set-Bonus 150 Lebenspunkte und dann eben noch irgendwas Blitzmäßiges. So, setzen kann man aktuell leider nicht, aber hier tut sich auch was, denn da gibt es den Jackpot für Gold und Andermant. Ich weiß nicht, ob der bei allen gleich ist, bei allen Gauklern, aber das wäre mal was, was die Gaukler untereinander unterscheiden könnte. Dann noch gab es ein bisschen Aufschrei, beim Zumpe hat man die Steine entfernt, die sind mittlerweile wieder da. Das heißt, die hat man rausgenommen, dass man die nicht mehr hier für 10 kaufen kann. Das wurde aber wieder revidiert, genauso wie die Tatsache, dass man Würfel auch ohne Prämie finden konnte, aber das haben sie jetzt auch geändert. Also, man konnte kurz am Test-Server mit Release 160 Würfel finden, auch ohne Prämie, die aber nicht öffnen, sondern erst, sobald man sich dann Prämie geholt hat. So, aber das, ich glaube, das wäre ein bisschen nach hinten losgegangen, denn dann hätte sich einfach keiner mehr Prämie geholt. 1000 Würfel gefarmt, einmal kurz Prämie holen und dann wieder ein halbes Jahr lang nicht oder so. Also, das war, das gibt es aber jetzt sowieso nicht mehr. Ja, dann ist eine Quest mittlerweile da bei Königin Antonia, aber nur eine. So, nämlich, sorry, die habe ich jetzt ziemlich schnell angeklickt. Die erfordert, dass man 5 Sphärenscherben zu Tabo bringt und danach bekommt man einen Zugang hier für die Zone. Und wenn mich nicht, okay, Moment, ich dachte, ich kann die jetzt wiederholbar annehmen. So, na egal, auf jeden Fall, genau, die Preise wurden auch ein bisschen geändert. Hier habe ich jetzt mal einen Zugang und noch so eine Sternenkarte. Die ist anscheinend echt so ein Daily-Login-Bonus. Mal schauen, bekomme ich jetzt hier... Achso, ich soll mal reingehen und danach kann ich es vielleicht kaufen. Aber noch eine Sache vorher. Im Shop nämlich kann man diese Zugänge nun für 450, 900, 500, 500 und dann immer 1000 für schwer. 500 normal, 1000 schwer. Das war gestern ein bisschen teurer, ich glaube. 1500 für schwer. Dann hier bei dem Shady John gibt es auch eine Quest und zwar, da kann ich 10 Sphärenscherben gegen einen Zugang zu dieser Zone eben umtauschen. Die Skyfall Arena, so erstmal abgeben. Genau, jetzt habe ich zwei davon. Wo sind meine Sphärenscherben? Wie viele besitze ich? 200, da kann ich nochmal... Egal, ich schaue da nämlich mal rein in diese Arena jetzt. Mal schauen, ob da schon was drin zu finden ist. Irgendwelche Geschöpfe, für die ich dann Sternengold erhalte. Neue Quests erhalten, 1 von 10. Oh, hier. Ich muss mit denen interagieren. Okay. Essenzen lasse ich mal zur Sicherheit drin. Mit irgendeinem? Nö, da kann ich jetzt nur den ersten wählen. The Shooting Star. Alles wird dunkel. Wow. Da passiert schon was. Das sind ein paar Gegner. Da nehme ich mal blau. So, Red Mini. Da steht sogar dran, wie viele Gegner noch übrig sind. Noch vier Gegner. Ach so. Und da kommen aber direkt neue. Einige Wellen. Das heißt, ich sollte vielleicht doch schneller sein und da mal hinemachen. Sorry übrigens, wegen Englisch. Aber ansonsten werden da nur überall Platzhalter, Texte und das ist auch nicht so fein. Ich hasse es. Bei dem Charakter habe ich weniger Mana als auf meinem normalen Zirkel Magier. Deshalb muss ich da immer warten mit den gefrorenen Sphären. Die brennen ja alle. Warum brennen? Ach so, ich brenne auch irgendwie. Oh, wahrscheinlich, weil mich der getroffen hat. So ein Nefertari-Nekromant. Ist am Start. Ist aber lustig. Oder interessant, dass die Anzahl der Gegner dran steht. Und es kommen dann immer welche nach. Droppen tut da, muss ich sagen, nicht allzu viel. Gibt es überhaupt irgendwie Lebenssphären? Irgendwie nicht so, oder? Zumindest habe ich da jetzt noch keine gesehen. So. Sind da noch welche da? Ah, jetzt kommen noch ein paar Wellen. Also echt zu 100% kein Loot. Nicht mal, nicht mal Heilsphären. Das heißt, eventuell Tränke einpacken oder so. Aber, so halten die nicht allzu viel aus. Okay, ich habe jetzt blaue, aber. Was der Char mit blau hat, hat mein Zirkel Magier ohne Essenzen. Also mit grün so in etwa. Von daher. Ah, diese Drachen wecken Erinnerungen. Damals im Seelenkerker. Als diese Drachen, die Level 40er Gegner waren. Oh, wer ist denn das hier? Der durianische Drachenritter. Drachenkrieger meine ich natürlich. Ist das der Endboss, oder wie? Du bist der, auf den wir hier gewartet haben. Der lässt sich sogar krass verlangsamen. Jo, sieht wohl so aus. Der Drachenkrieger wurde besiegt. Und jetzt ist er tot und liegt hier am Boden. Und alle Monster wurden vernichtet. Jo, schick, schick. Der Stern der Schätze. Dann öffne ich den mal weg da mit diesem Angebot. Man kann doch hier sowieso kein Premium kaufen oder irgendwas kaufen am Testserver. So, öffnen. 2,50 Wissen habe ich bekommen durch meine Daily. Und durch sonst nichts anderes. 5, 5, 5, 5, 5, 5 Nase. King of Queens Fans wissen Bescheid. Also 25 Sternen Gold, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und so einen Loot, so einen Stack habe ich auch schon in den Zwischenwelten erhalten. Aber ich weiß jetzt nicht wie viel. Und ich schätze einfach mal, verdammt, das hätte ich noch testen können, wenn ich mir so einen Buff gegönnt hätte. Dann wäre jeder Stack größer gewesen. Das heißt, wow, das ist aber heftig. Plus 10 Stack. Das wären statt 25 dann 75 Sternen Gold in Summe gewesen. So, die Summe steht nun auch schon dran. 35 habe ich hier am Start. Bei dem Mortis Mount steht nun dran Jackpot Price. Wie das läuft, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall einer pro Server. Nur ich dachte, das ist schon der Jackpot. Also vielleicht ist das unabhängig von dem. Schätze ich einfach mal so. Irgendjemand bekommt auch das Mount. Und nicht derselbe, der den schwarzen gepanzerten Bären erhält. Würde ich einfach mal tippen. So, hier hat sich nichts getan. Außer, dass die zwei Bilder hier vertauscht sind. Und jetzt das Falsche dran steht. Hier steht, man soll die craften, die Edelsteine. Und da steht, ich muss die Puppe finden. Aber tut nichts zur Sache. Ich würde sagen, dann gehe ich einfach mal. In den Zirkusmonstrorum. Die vier Baddies hier am Start. Und werde diese Quest abschließen, um dann anzusehen, dass man, oder wie teuer, das Umtauschen ist von den Sphärenscherben. So, Herr Redor, sind die anderen jetzt auch schon da? Nö, wieder. Oh, verdammt, Moment mal. Vielleicht hätte ich beim letzten Mal Herr Redor anklicken und danach die anderen Bosse anklicken müssen. So, das weiß ich jetzt nicht. Ich warte mal wieder ab, bis der hier fertig ist mit seinem heftigen Buff. Oder ist das random? Und ich habe jetzt zum zweiten Mal hintereinander eben den Herr Redor. Komm schon. Six hours later. Mach mal hinne hier. Ist ja verrückt, wie lange dein Buff hält. So, stunnen kann man dich. Genau. Nur mein Mana fehlt dann mal wieder. Sogar die Agro ziehen kann man. Das ist mal ein Ding. Der lässt ja echt alles mit sich machen. Der Luper Redor. Droppt mir fünf vom Eventfortschritt. So. Dann schaue ich jetzt mal aber noch kurz zu den anderen Stellen hier. Hier ist mal nichts. Oh Mann, ich bin dumm. Sorry, Leute. Also kann man anscheinend doch alle Bosse machen. Nur eben in einer Reihenfolge. Verdammt. Wieso bin ich nicht auf diese Idee gekommen, mir das vorher anzusehen? So, die auch mit ihrem Buff am Start. Das sind die Spinnen, sollten sie zumindest sein. Aber da sind sie schon wieder weg. So, jetzt aber. Und da ist noch eine. Woher kamen die jetzt gerade? Kann man dich stunnen? Kann man. Und du bist auch schon wieder. Geschichte. Oh. Geschichte wollte ich sagen. Und da einfach mal ein Legi bekommen. Ich brauche hier sowieso bessere Items. Oh ja, keine Ahnung. Also doch, ich könnte dann mal tauschen. Denn mein Set ist nicht gerade das gelbe vom Ei. Da ist da der Bär. So, der macht sich auch direkt mal Agro. Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man schnell ist, könnte man den direkt stunnen. Einer beschwört, der andere aus der Gruppe stunnt ihn. Aber, weil der ja nur unterbrochen wird. Und dann trotzdem nochmal den Buff einsetzen kann. Müsste man ihn ab diesem Zeitpunkt perma-stunnen. Oder man wartet eben kurz ab. Komm schon. Beziehungsweise ist egal. Ich habe ja hier sowieso ein paar Essenzen. Ich könnte die auch einfach rausballern. So. Jetzt aber mal. Den werde ich wahrscheinlich ein bisschen abfarmen. Dann, sobald diese neue Waffe kommen sollte. Denn das Set hört sich echt nicht so verkehrt an. So. Ein paar Schlüssel bekommen. Und wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl. Die Medusa kann ich jetzt auch besiegen. Ja, wenn ich schneller gewesen wäre, hätte ich sie mal kurz stunnen können. Aber danach hätte sie sofort ihren Buff erneut eingesetzt. So. Ich war übrigens, ich mache jetzt meine Daily oft bei Monstern. Und war mit meinem Zwerg bei Medusa. Und droppt einfach direkt mal ein Legi. Ein Unique, meine ich. Weil es das erste Mal war, dass ich die Medusa besiegt habe. Kann ich dann auch irgendwann mal wieder auf Heredur herzeigen. So. Und da ist sie tot. Und gibt ebenfalls fünf vom... Oh. Oh. Plötzlich ergibt alles Sinn. So kommt man also ohne Andermand in die Zone. Man geht in den Zirkus Monstroa rum. Macht den durch. Und danach kommt hier ein Portal. Wahrscheinlich einfach zu irgendeiner Random Boss Zone. Das ist mal interessant. Okay. Level 44 wird empfohlen. Auf normal. Und hier bekommt man das. Verstehe, verstehe, verstehe. Das ergibt natürlich Sinn. Also so kann man es auch machen. Obwohl ich dachte, dass man die vielleicht wegen diesem Bild hier eben dran... Wegen diesen Sphärenscherben, dass man das umtauscht. Aber vielleicht gibt es das ja auch noch bei Tabo. Mal schauen, wenn ich die Quests dann abgebe. Hör doch auf, mir hier irgendwas anzudrehen. Tja, wohl nicht. Okay. Die Zone ist kleiner. Nur der Endboss Raum. Bin mal gespannt, ob man den hier auch solo machen kann. Zur Sicherheit eine Stufe höher bei den Essenzen. Und dann kommst du mal ran hier. Okay. Da muss ich dann mal ein bisschen weglaufen. Wo ist er denn? Das Drucktor? Hier ist er. So hält bei weitem nicht so viel aus. Oh, ist das schön. Kann man dich... Nö, stunnen kann man dich hier nicht. Wie sieht es mit Singu aus? Nö, natürlich auch nicht. Das wäre ja... Zu schön, um wahr zu sein. Aber der ist ja dann noch längst nicht tot, wenn der jetzt hier tot ist. Klingt komisch, ist aber so. Den muss man ja viermal besiegen, dreimal. Wie auch immer. Also je nachdem, wie gut man ist. So hat man dann weniger Lebenspunkte. Ob man das solo machen kann, glaube ich eher nicht so. Also, solo, dass er nicht die vollen Lebenspunkte hat. Aber egal. Ist einfach so. Da muss man durch. Immerhin haben sie den so gemacht, dass man ihn solo besiegen kann. Aber ich denke nicht, dass der die Destructor-Items, wie zum Beispiel Robe und so weiter, droppen kann. Sondern, der wird immer nur ein blaues Item im Gepäck haben. Wer Destructor nicht kennt, ganz kurz. Man muss, immer sobald seine Lebenspunkte in etwa beim D sind, also so, ich weiß nicht, 40% seiner Lebenspunkte, dann begibt er sich zu seinem Ausgangspunkt. Dann muss man sich eine Bombe schnappen. Die hat man für 30 Sekunden. Setzt man einen Skill ein, ist die Bombe weg. Und man muss zu diesen vier Behältern gehen und die der Reihe nach zerstören. So, jetzt müsste er gleich wieder wegfliegen. Und ich nehme mir das. Genau. Und dort, wo die Verbindung hier rot leuchtet, diesen Generator muss man anklicken. Normalerweise kommen da sogar noch Gegner, aber die sind jetzt hier nicht am Start. Das heißt, das ist relativ easy und nach jedem Mal beim Generator lernt er irgendeine neue Fähigkeit. Statt einem Vogel drei Vögel. Der Meteor von oben bleibt am Boden mit so einer Suppe. Und genau, so, das ist dann das letzte Mal. Also eine Bombe brauche ich noch. Was man machen könnte, ist mit dem Feuerball, also man schnappt sich die Bombe, gibt ihm einen Dot mit auf den Weg. Okay, das ist gerade ungeschmeidig. Wenn der Generator genau in meine Richtung blickt. Aber ich habe noch 13 Sekunden. Alles easy. Und der ist schon wieder voll. Genau, jetzt bin ich aber gespannt, was der so droppt. Vor allem auch Event-Fortschritt mäßig. Und ob es hier auch drei Kisten gibt. Ich schätze einfach mal. Denn ich habe einige Schlüssel. 13, wenn ich mich hier nicht verrechnet habe. So, mal schauen. Kann der den tanken? Tank den mal. Nö. Ist aber doof. Ist aber gar nicht so schlecht, hier so eine einfachere Zone zu haben, sozusagen. Ich meine, den Modus gibt es auch einfach. Aber, dass man da mal ein bisschen üben kann. Für Leute, die den noch gar nicht kennen. Könnte man hier ein wenig bei Destruktor üben. So. Ist doof. Wow. Dass ich dem mit Blitz nicht so viel Schaden zufügen kann. Also, nein. Mit Eis nicht so viel Schaden im Vergleich zu Blitz. Weil der die Sphäre nie trifft. Aber egal. Jetzt ist es schon vorbei. Und was bekomme ich? Ich bekomme, wie gesagt, ein blaues Item. Dafür aber 20 vom Event-Fortschritt. Also, echt nicht so schlecht. Und die besseren Items, die befinden sich, glaube ich, immer in den Kisten. So, wenn ich die nur finden würde. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Gibt es die hier überhaupt? Ich hoffe doch. Vielleicht beim Eingang hier auf jeden Fall mal nicht. Nö, hätte man sich aber fast denken. Ach, hier, okay. Eine nur? Eine nur. Nö, doch nicht. Die anderen mussten erst laden. Hier kann irgendwie auch so eine... Ich weiß nicht, ob das als Scherz geschrieben wurde. Eine Shiny Golden Chest of Awesomeness. Ob da echt dann vom Aussehen her eine bessere Kiste dasteht. Und man aus der die Puppe bekommt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es hier... Das war mal der Trash-Loot. Ein Goldstück. Dann... Okay. Handschuhe und eine Enzyklopädie. Hier fünf tragen. Ja, das war erst mal... Nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Aber... Ja. Man kann ja nicht immer hier was haben. Jetzt wäre noch interessant zu wissen, wie kann man und kann man überhaupt diese Schlüssel irgendwie bekommen? Mh, mh, mh. Joa, vielleicht droppen die von anderen Bossen. Oder ich weiß nicht. Also ich fände es schon nicht so schlecht, wenn man die auch irgendwie bekommen könnte. Diese Schlüssel. Oder umtauschen gegen Sphärenscher. Mal schauen, was der Tavo jetzt so sagt. Sofern er denn etwas sagt. Eine weitere Sache noch ganz kurz. Also erst mal möchte ich bei der Premium-Händlerin wie immer vorbeischauen. Nö, noch kein Gürtel. Und der Zar hier. Ich kann jetzt leider noch die Quest nicht annehmen. Sollte es eine geben. Der bietet jedoch neue Quest-Items an. Hier 50 Silber. Und 1500 Gold. Steht hier dran. Cloak of Power. Pattern-Title. Also, ich weiß nicht. Irgendein neuer Mantel, der Macht oder so. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Aber jetzt mal schnell. Hier zur Antonia. Schauen, die Quest abgeben. Bekomme ich einen Zugang. Und eine neue Quest. Bringe 10. So. Für einmal schwer. Okay. Das heißt, jetzt gebe ich dem 10. Und ab sofort ist diese Quest verfügbar. Neun Sphärenscherben für einen Zugang. Circus Monstrorum. Okay. Das heißt, man tauscht neun Sphärenscherben um. Macht dann einmal die vier Bosse durch. Und danach kann man einen weiteren Boss besiegen. Das hört sich. Hört sich echt interessant an. Auf jeden Fall tausendmal besser als bisher. Wo man immer durch alle Zonen laufen musste. Zweimal Destruktor. Wieder nach Hause. Dreimal Kalis. Oder irgendwie so. Wieder nach Hause abgeben. Das macht echt mehr Sinn. Man farmt in den Zwischenwelten. Holt sich Sphärenscherben. Geht dann in den Zirkus. Vier Bosse. Ein anderer Gegner. Ja. Das könnte, denke ich, ein interessantes Event werden. Bleibt nur noch offen. Wie man diese Schlüssel erhält. Das muss ich noch herausfinden. Aber ansonsten würde ich sagen, war es das mal mit einem weiteren Video. Vom Test-Server-Release 160. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und würde sagen, es geht einfach nicht so weiter. Oh, ich spiele jetzt mal. Oh.